Das Land Baden-Württemberg setzt sich seit Jahren intensiv für den Gewässerschutz und die Hochwasservorsorge ein. Mit sehr viel Geld werden Projekte zur Renaturierung von Gewässern und Maßnahmen zum Hochwasserschutz gefördert. Nicht selten geht beides Hand in Hand. Renaturierung bedeutet in vielen Fällen auch Schutz vor Hochwassern. Umweltminister Untersteller, kurze graue Haare, er trägt einen blauen Anzug mit weißem Hemd. Wir haben die letzten Jahre die Mittel erheblich ausgebaut in diesem Bereich und wir schauen natürlich schon auch immer da, wo es möglich ist, den Hochwasserschutz mit dem Thema Revitalisierung der Fließgewässer zu verbinden. Nämlich, dass wir den Flüssen mehr Flächen auch zur Verfügung stellen, um sich auszubreiten und jetzt nicht schauen, dass wir das Wasser möglichst schnell wegschaffen, so wie das über viele Jahrzehnte gemacht wurde. Schwäne schwimmen entlang des Ufers der renaturierten Murk bei Rastatt. Die Kamera schwenkt über den Flusslauf und das angrenzende, wild zugewachsene Ufer. Ein Drohnenflug zeigt den Fluss von oben. Ja, das haben wir beispielsweise gemacht an der Murk, wo wir Dämme zurückverlegt haben, wo wir rund 40, 50 Hektar Fläche wiederum gewonnen haben. Und mal platt gesagt, damit bleibt das Wasser in diesen Auen und kommt nicht in die Keller. Und das ist das Ziel dann von solchen Projekten, nämlich mit einem Beitrag, da wo es möglich ist, einen positiven Beitrag zu leisten im Hinblick auf den Hochwasserschutz. Wir sehen einen Kajakfahrer, wilde Uferabschnitte, eine kleine Insel und Spaziergänger aus der Vogelperspektive. Minister Untersteller steht auf einem Stein in der renaturierten Rems und blickt zum gegenüberliegenden Ufer. Die Kamera fliegt über die Rems bei Winterbach. Eine Sandbank und wilde Uferabschnitte sind zu sehen. Im Kern geht es natürlich darum, dass wir den eigentlich in diesen Flüssen, Bächen, Fließgewässer lebenden Arten wieder mehr Raum geben wollen und die Artenvielfalt steigern wollen. Das Zweite ist, dass wir Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten geben wollen, diese Fließgewässer besser zu erleben, Naherholungsräume schaffen wollen, Ruheräume auch in heutigen hektischen Zeiten. Und ich glaube, wenn man so Beispiele sieht, wie hier an der Rems, die zeigen, dass das eingesetzte Geld und auch, dass die dafür eingesetzte Energie, die da reingesteckt wird, dass sich das durchaus lohnt. Und dann stellt man fest, wir liegen da vollkommen richtig, nämlich die Flüsse naturnäher zu gestalten. Minister Untersteller steht am Ufer der Rems und schaut in die Landschaft. Die Kamera wechselt die Perspektive und fliegt noch einmal mit uns über den wilden Flussabschnitt der Rems bei Winterbach.